An der Basis steht ein großes Vertrauen in Kunst und die Überzeugung, dass Kunst weit mehr kann als eine Freizeitbeschäftigung sein oder eine Ware, die man handeln kann und dass Kunst besonders für Menschen in schwierigen Situationen neue Sichtweisen oder neue Horizonte, neue Begegnungen erlauben kann. Arthas Foundation ist eine operative Stiftung, das heißt wir entwickeln unsere eigenen Projekte und wir sind in drei Bereichen tätig. Das eine ist in Gebieten, die von Konflikten betroffen sind, initiieren wir zusammen mit Partnern vor Ort Kunstprojekte und führen die dann auch zusammen durch. Das zweite ist, wir untersuchen, wie weit Kunst eine Rolle spielen kann in diplomatischen Verhandlungen und Mediationsprozessen, ob Künstlerinnen da solche Verhandlungen unterstützen können. Und das dritte ist, es gibt auf der Welt viele Organisationen, die in Konfliktregionen mit Kunst arbeiten und die sind relativ wenig vernetzt und wir versuchen zu so einer Vernetzung beizutragen und zu einem Erlernen voneinander eigentlich. Bei unserem Projekt Wishing Wishes arbeiten wir mit Jugendlichen, Kindern und Tanzlehrerinnen aus der armenischen Region Tavush zusammen. Tavush liegt direkt an der Grenze zu Aserbaidschan, das heißt die Menschen sind ganz direkt vom Krieg betroffen, sie stehen unter Beschuss. Und während unseres Tanzprojektes, während unserer drei Workshops, geht es uns darum, unterschiedliche Vorstellungen von Tanz zusammenzubringen. Eine sehr traditionelle Vorstellung von Tanz, Volkstanz und eine, nennen wir sie zeitgenössische Vorstellung von Tanz, die eben nicht auf Traditionen basiert, sondern auf individuellen Ausdrucksformen, so dass die Jugendlichen und auch die beteiligten Lehrerinnen und Lehrer neue Möglichkeiten, neue Ausdrucksformen des Tanzes kennenlernen, ihre Bewegungen, aber auch ihre Gedanken, ihre Denkräume erweitern und im besten Falle lernen wir alle voneinander. Für die Arbeit ganz zentral wichtig ist die Begegnung und die Qualität der Begegnung. Von der Geschichte und auch aktuell sind die Möglichkeiten und Ressourcen auf der Welt so ungleich verteilt und für die Zukunft müssen wir lernen immer besser zusammenzuarbeiten und die Gestaltung von der Zusammenarbeit trotz aller Unterschiede hinweg in jedem kleinen Detail. Das ist wirklich sehr spannend und auch herausfordernd in unserer Arbeit. der Geschichte und auch постоянen der Ausdrucksformen und nachdem ein Jahrhundert der Begegnung. Vielen Dank.